Eine verfickte kleine Böe. Eine verfickte kleine Böe. Jetzt werden wir den Rest auch noch zerlegen von dem Gerät. Super. Herrlich. Ich sage es ja einmal mit Profis arbeiten. Ganz bloß hoffen, dass hier keine Verletzten entstanden sind durch die runterfallenden Sachen da. Ist die denn jetzt auch nicht festgekündigt, dass da jetzt keine Leute kommen? Sie haben doch keine. Sollen sie machen. Der zerlegt noch die Plattform. Ich weiß nicht, warum der das Ding überhaupt noch angelupft hat. Er ist nicht so, dass sich diese Plattform beg skaue. Es ist sogar eine neue Art von Böe. Ich bin jetzt oben. Ich habe OC-Biel. Ihr könntest, wenn man die Plattformen ein wenigstellt, Ich habe ihn. Ich habe ihn. Vielen Dank.